guten morgen ich bin auferstanden gleich kaffee machen zähne waschen und abwarten bis hier über diese solarpanne weil meine power bank geladen wird so ein bisschen weil ich muss mein handy akku aufleihen weil sonst kann ich für euch die strecke nicht nicht wecken das ist wichtig deswegen muss ich hier noch ein bisschen rum worden aber wenn das dann passiert ist da sagt und dann zusammenpacken und dann wanderung tag 4 start kommt die ganzen wollten die da oben sind die nerven mich weil wegen den wollten funktioniert das hier voll langsam ich hatte mein handy dran gestöpselt da war dabei zwölf prozent und jetzt ist er bei 15 prozent da sind noch keine blasen drin es ist soweit langsam blasen kommt und weiter blasen gekommen sind dann bist du hier ummischung machen und jetzt ist kaffee fertig nachdem ich das hier reingemacht habe in diese tasse jetzt erst mal ganz genüsslich kaffee so hoffen das schmeckt voll cool ach ja gestern habe ich gesagt also bei tag nummer drei der wanderung das war der kamera akku fast alle ist und ja die war alle gewesen aber ich hatte noch einen ersatz kamera akku da gehabt so dass ich jetzt schon wieder voll akku hat cool oder so kaffee ist ausgetrunken zähne gewaschen mein handy ist halb aufgeladen meine sachen sind gepackt und jetzt wanderung tag 4 start kommt ich bin gerade in der nähe von dieser nordsee beziehungsweise ganz in der nähe von jade busen oder wie diese titte heißt da bin ich jetzt gerade in der nähe und ich glaube ich glaube ich werde gleich wasser angucken guck mal da vorne da vorne ist diese titel von der ich gesprochen habe dieses jade busen oder wie das heißt und ich werde da jetzt dran vorbei laufen so eine umdrehung machen bis nach java so ungefähr ich muss dann nach ganz dahinten irgendwie hinlaufen guckt euch mal diese kleinen kühe da vorne an guck mal diese guck mal hier ein vollfett betonklotz gefunden hier stein der von diesen klotz hier gehalten wird der so künstlich aussieht das steht hier herum und der ach ja ich befinde mich jetzt gerade irgendwo in friesland oder wie das heißt da bin ich hingelaufen das sieht aus wie wie so ein vollfett regen bin ich jetzt gerade hier bei diesem nervigen wind das war ganz schwer gewesen das hier anzuziehen wegen des scheißwind und weil jetzt gerade ein paar regentropfen kommen dachte ich mir dass ich das jetzt schon anziehe damit ich gleich nicht zu zu dolle nass werde so der regner war nur ganz kurz gewesen das heißt jetzt wieder normal weiter zu gelaufen das war ein bierkrieg guck mal ich habe schon wieder mal einen gelben sack an weil das tropft langsam schon wieder und da hinten sieht aus wie ganz viel regentropfen und sowas was hierher gekommen und hier auf dem kopf drauf fällt genau dass das geschieht geschieht gleich wenn das da hinten her gekommen ist der regen ist schon wieder weg gelaufen also entweder kommt dann gleich schon wieder kein regen oder es kommt schon wieder regen sonst ich das noch mal anziehen muss prüfen wie das gleich wird so ich mache jetzt gerade hier an dieser versuchten schutzhütte oder bus eingestellt oder was das hier sein soll ein bisschen rast und gleich werde ich weiter zu gelaufen und ich glaube noch 15 kilometer bis bis je war angekommt also so so zumindest sagt google dass das ist das noch 15 kilometer entfernt ist von hier aus und google sagt auch dass später regnen kommen sollte das heißt später schon wieder einen gelben sack anziehen muss und zu dieser rast esse ich ein das hier das habe ich gestern war ich glaube bei netto habe ich das gekauft da ist von der dritte den werde ich jetzt in mir rein machen ich bin auch gerade dabei genau das hier zu fressen weil da ist apfel drin und weil ich gerade voll bock drauf habe dass der weg zu in mir rein zu machen cool oder ich habe eben gerade ein ganz leise ein faden gelassen und und da das war ganz ganz große bierschissgeruch gewesen und hier sind ein paar leute vorbeigelaufen gerade eben während dessen ich das gemacht habe und ich habe das gesehen dass die dass das dass die es gerochen haben ich bin gerade keine ahnung 100 meter gelaufen oder so und jetzt fängt das an hier herum zu regnen und deswegen bin ich wieder zurückgelaufen ob wir jetzt schon wieder hier an dieser busseite stelle in dieser voll fett busseite stelle wo ich trocken bin weil ich habe gerade kein bock drauf weil mein gelben sack anzuziehen genauso wie den orangenen sack über meinen wagen rüber zu ziehen und meine schuhe werden meine füße werden sonst wieder nass und deswegen habe ich mir überlegt solange solange dieser verschmierte dreckige regen der hier oben regnet noch hier ist dass ich einfach hier hier dieser busseite stelle hier um sitze und nichts mache und dann sobald der regn weg ist dann weiter zu gelaufen der versüfte regen ist abgehauen jetzt weiter zu gelaufen bis nach ewa oder wie das heißt zu diesem zielort ich bin gerade durch diese ortschaft hier durchgelaufen und keine ahnung für man diese ortschaft hier richtig ausspricht aber genau durch diese ortschaft bin ich durchgelaufen ich bin gerade in dieser ortschaft die heißt sande oder so hier hingelaufen und hier ist überall baustelle und sowas na drüben so ein voll fett zug genau da vorne der steht da oben und jetzt durch diese verschmierte baustelle rüber laufen guckt euch mal nicht hier diese diese baustellen schieden oder was das hier sind sehr an hier ist überall diese komische baustelle oder was das hier ist mit diesen gelben strichen er guckt mal da vorne ist nieto aber weil ich genug bier da habe werde ich da jetzt nicht rein gehen aber guck mal hier vorne ist ein bäcker und ich glaube ich werde hier ein belegtes brötchen kaufen gehen ich glaube genau das mache ich jetzt so ich habe gerade ein belegtes käsebrötchen gekauft und ich habe mich hier an der bank gefunden und jetzt werde ich darauf jetzt dieses belegte käsebrötchen fressen guck mal dieser wasser hier vorne der sieht so künstlich und gerade aus als ob der nicht natürlich mehr so empfinde ich das hier da vorne ist ein voll fett baufahrzeug maschine aber hier vorne ist ein noch viel viel größere voll fett baufahrzeug maschine der sieht so aus als ja genau so so sieht aus wie der aussieht guck mal mein ganzer wagen hier ist nass weil dieses wetter hat mich schon wieder verarscht und zwar ich war da ganz hinten genau da ganz hinten war ich gewesen und da hat es ganz plötzlich angefangen in strömen zu regnen und dann bin ich ganz schnell hier unter diese brücke hier hin gerannt und genau genau in diesem moment wo ich unter der brücke hin gerannt bin hat der regen aufgehört sodass ich nass geworden bin aber jetzt hier drunter stehe und keine regen mehr da ist und guck mal da ganz hinten ist regenbogen oder wie das heißt er steht da rum keine ahnung ob ihr das seht aber genau da wo dieser regenbogen da ganz hinten ist das war dieser scheiß regen gewesen der mich gerade verarscht hat hier vorne ist ein schild drauf da steht drauf jeweils neun kilometer das heißt ich werde nach dahin wo jeder hinkommt guck mal ich habe hier einen zimmermann gefunden und und meine meine jogginghose die ich sehr gerne mag die habe ich mal dort gekauft vor ganz vielen jahren habe ich die mal dort gekauft und weil meine jogginghose immer mehr kaputt immer immer benutzter ist und immer mehr kaputtheit aufweisen dachte ich mir vielleicht doch weiter rein zu gehen und zu prüfen ob die auch diese jogginghose haben weil es wird was gut finden wenn ich die jogginghose noch mal in neu haben kann weil die gefällt mir sehr wirklich sehr gut schwarze jogginghose und deswegen gehe ich da einmal kurz rein oh scheiße ich habe gerade da vorne gesucht gehabt bei diesem zimmermann und er auch ein bisschen nachgefragt gehabt ob die irgendwie diese jogginghose noch da hätten die ich haben wollte also noch mal kaufen wollte das haben sie verneint und das ist scheiße die haben die jogginghose nicht mehr und noch mehr scheiße ist ich habe mein mein bier da vorne bei den dings abgestellt wo die einkaufswagen sind da habe ich die meine bierflasche hingestellt und irgendein zimmermann mitarbeiter hat diese flasche weggeschmissen das ärgert mich aber egal ich habe noch so ich habe gerade meine neue bierflasche aufgemacht aber trotzdem ärgerlich weil die weil die vorherige bierflasche noch halb voll war ungefähr guck mal noch so wenig km bis ich die java erreicht habe das heißt noch 3 km dann habe ich jeweils erreicht hier oben da steht drauf noch ein kilometer bis java das heißt noch ein kilometer und dann bin ich in die java angekommen oder wie das heißt ich habe dieses java gefunden also dieser stadt java habe ich gefunden ich werde darauf erstmal ein bier power machen gehen java bier power so ich bin dieses java eingelaufen und ich habe dieses subway oder wie das heißt da gefunden so ich habe mir gerade ein subway gericht bestellt und ich weiß zwar nicht warum aber ich glaube das war sogar das erste mal überhaupt dass ich von subway mal was gekauft habe und deswegen bin ich sehr gespannt darauf wie das glas schmeckt aber ich werde jetzt extra dorthin gehen wo diese java brauerei ist die sollte irgendwie sieben minuten von hier entfernt sein laut google navigation so ich sitze jetzt hier auf diese bus haltestelle neben dieser java brauerei und jetzt werde ich dieses subway produkt probieren so ich habe gerade das subway gerüchte aufgefressen und ich hatte mir so eine art halbes baguette so ein 15 zentimeter baguette mit der chicken und so ein käse und ein bisschen salat und und zwiebel und oliven darauf gehabt und ich würde sagen das hat mir wirklich gut gefallen also hier hat es wirklich geschmeckt so und darauf dass ich hier dieses ziel erreicht habe und zwar hier diese java brauerei hier ein java wenn ich da auf ein bier bau machen gehen ja so sieht diese java brauerei von dieser perspektive aus und so sieht diese java brauerei von dieser perspektive aus so ich habe euch gerade diese java brauerei so ein bisschen gezeigt so ich habe euch gerade jetzt diese java brauerei so ein bisschen gezeigt und ich glaube das reicht reicht so das passt so dass ich euch das genauso gezeigt habe wie ich das gezeigt habe werde ich jetzt zum nächsten bahnhof hinlaufen und dort von dort aus mit mit dem zug dann wieder nach hause zu fahren so ich bin jetzt hier ein java bahnhof und gleich sollte so ein zug kommen der führt nach wilhelmshaven und danach keine ahnung wohin prüfen ob der ob der darauffolgende zug nach bremen fährt weil ich habe nur für daher nach diesem ticket aber ich habe diesen diesen ticket irgendwie nicht so richtig verstanden und da vorne kommt er glaube ich schon an ich bin jetzt gerade in wilhelmshaven oder wie das heißt und hier steht überhaupt gar kein fahrplan aus kumpf wie man nach bremen hin kommt und die leute von hier haben gesagt dass ich hier einsteigen soll das ist dieser zug der nach kloppenburg hin fährt und dass ich dann in eulenburg umsteigen muss um von dort aus mit glück nach bremen zu kommen da bin ich mal gespannt darauf ob ich heute wirklich nach bremen ankomme ich bin hier in eulenburg oder wie das heißt angekommen und hier sollte glaube ich so ein umsteig zu kommen nach bremen hauptbahnhof und jetzt fahr ich diesen lüft hier runter und um hier umzusteigen genau und jetzt das ist diese versiftete dreckige lüft hier vorher damit ich diesen mal umsteig zu können obere ebene genau das hier ist mein versifter scheißzug ich habe ihn erwischt ich bin darauf das finde ich voll cool ich mag das aber meine versifter wagen passt hier nicht durch das mag ich nicht aber ich bin trotzdem drin das ist das wichtigste und jetzt hier nach dem versifften bremen hinfahren ich bin hier an dieses dieses bremen angekommen das heißt weil ich hier in bremen angekommen bin werde ich gleich zu diesem straßenbahnbahnhof hinlaufen um dort nach einer hier straßenbahn zu suchen oder oder so was damit ich dann nach hause fährt genau das mache ich jetzt meine straßenbahn fährt nicht das heißt ich bin jetzt gerade hier an diesem bus schon wieder drin das heißt ich werde ich werde später nochmal ein kilometer weiter laufen ja 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 der bus ist weggefahren ich bin ausgelaufen vom bus und zwar da ganz hinten ist diese diese stelle wo dieser dieser verschmierte bauhaus ist also dieser bauhaus wo ich die weil die billigste klappsterkarre von bauhaus gekauft hatte und schrank schadiere dieser bauhaus ist das jetzt bin ich gerade hier und ich muss ungefähr knapp ein kilometer bis nach hause laufen und diesen kilometer werde ich oben dazu rechnen das werde ich so machen also werde ich jetzt von hier aus ein kilometer nach hause laufen also sieht man sich gleich wenn ich gleich zu hause angekommen bin bis gleich so ich bin gerade wieder zu hause angekommen und jetzt werde ich das letzte bier was ich hier habe aufmachen und diesen ganz genüsslich und entspannt trinken und wenn ich dieses bier ausgetrunken habe dann werde ich mich erstmal so richtig duschen gehen das werde ich gleich machen und ansonsten werde ich gleich die ganzen videodateien rüber ziehen ähm und vielleicht noch mal ein bisschen youtube schauen und danach schlafen legen ich glaube genauso mache ich das und ansonsten das war voll kultur gewesen zwar ein bisschen viel zu viel regen und sowas was mich genervt hat aber aber egal das war trotzdem voll kultur gewesen und ich glaube ich habe so einen ganz leichten sonnenbrand bekommen hier auf meiner nase und sowas weil zumindest spüre ich was so muss das sein und von daher würde ich sagen ähm äh tschüss bis zum nächsten mal euer verschissener Natururin das war diese scheiß treppe hoch laufen ich bin gerade diese scheiß treppe hoch gelaufen hier gucken wir mal wie viel äh beschädig ist die jungen maraton hat mal gucken wie ich wie lange das dauert bis der gummi komplett abfällt das war stand